Super. Hallo, ich bin die Kerstin von der Firma Sunnybag und wir haben bei der Elektromobilitätsmesse etwas ganz Spezielles und zwar unsere Sunnybags und der Sunnybag ist eine Solartasche, mit der ihr unterwegs mit Sonnenenergie meine mobilen Geräte wie zum Beispiel Smartphone, iPads, iPods, Navigationsgeräte etc. laden kann und wir haben ein spezielles Messeangebot, 20 Euro auf alle Modelle Rabatt. Kommt einfach vorbei bei uns und haltet euch eine ab. Grüß euch, ich bin der Gerald Mirko.